Goldgärm Apparator und herzlich willkommen zu einem anderen Video mal. Ich bin hier gerade am zeichnen. Die Farbe sieht ganz schön zerhält aus. Ich habe hier noch kein einziges mal aufgemacht. Erstes mal aufgemacht. Ein grünton. Also ich bin hier gerade am malen. Da habe ich gerade drauf getatscht. Es ist noch nicht ganz trocken, obwohl ich es jetzt schon eine halbe Stunde vor den Ventilator gestellt habe. Kann man nichts machen. Ist mir jetzt auch egal. Und ja, ich wollte eigentlich nur was angesprochen haben. Und zwar, es kam ja wieder mal längere Zeit keine Videos. Habe ich glaube ich sogar, war das letzten Monat oder vorletzten Monat? Ein Video glaube ich zugemacht. Und ähm... Dazu dann... Das ist ein bisschen viel. Dazu dann ähm... Es werden bald wieder Videos kommen. Dann natürlich auch wieder Minecraft. Weil das ist echt... Als hab ich solche Videos immer machen könnte, ey. Machen würde. Ich glaube das... Das macht mir nicht so viel Spaß. Und ich denke das wird auch wirklich nicht so viel Spaß machen. Weil das ist schon ein bisschen... Sag ich mal echt komisch. Das ist jetzt nur, weil ich ähm... Gerade Probleme mit meinem PC habe. Kriege ich nichts zum Laufen und... Dann hab ich mir gedacht, okay. Ich mach grad ein Bild. Also kann ich doch ähm... Aufnehmen wie ich das Bild mache. Und... Dann auch noch ein bisschen äh... Dazu reden. Also ich bin momentan ein bisschen im Stress. Weswegen halt... Keine Videos kommen. Und ähm... Das hat sich halt schon ein bisschen unten gezogen. Dieser Stress. Aber ich denke halt... Ui... Ich denke halt bald... Sollte es dann wieder soweit sein, dass ich wieder Videos machen kann. Das... Dieses bald... Ist gezogen so auf ähm... Nächsten Monat oder so. Warte wir haben den zweiten... Nächsten Monat. Nächsten Monat sollte ich wieder ein paar... Videos äh... Hochladen können. Ich weiß nicht in was für Abständen. Aber auf jeden Fall... Werden da wieder Videos kommen. Und dann übernächsten Monat... Werde ich wahrscheinlich soweit sein, dass ich dann ähm... Oder danach dem Monat... Muss ich mal gucken. Werde ich dann wahrscheinlich soweit sein, dass ich wieder... Täglich oder... Mindestens wöchentlich... Videos bringen kann. Ähm... Jojo. Das wollte ich nur kurz gesagt haben. Ähm... Und was mich sehr erfreut... Ist... Dass ich... Trotz meinem... Kaum vorhandenen... Videomaterial im letzten Jahr und... Diesem Jahr... Äh... Trotz in so positive Resonanz immer bekomme. Das macht mich echt glücklich. Und das zeigt mir halt auch, dass... Ihr auch Spaß habt an meinen Videos und das... Das... Das ist... Das ist was Schönes. Ja... Also eigentlich war's das jetzt mit diesem Video. War nur so ein kleines... Reallife... Ähm... Infovideo. Ich hoffe... Wir sehen uns... Ähm... Wenn wieder Videos kommen. Und... Ich freu mich schon. Ich freu mich schon extrem drauf. Aber... Vielleicht... Werde ich dann auch zum Einstieg einen... Äh... Stream machen. So ein bisschen länger. Muss ich noch gucken. Ui... Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Hm... Und noch eine Sache, die ich sagen könnte. Ich... Ich kann's natürlich verstehen. Äh... Ich hab einiges an Abonnenten verloren in der Zeit. In der ich halt nicht zurückgeladen hab. Ich war ja mal... Ein bisschen... Mehr mit Abonnenten gesegnet. Aber ich... Ich kann das natürlich verstehen, dass man... Jemanden, der so inaktiv... Äh... War... Deabonniert. Aber... Es würde mich trotzdem freuen, wenn ihr... Wenn ihr meine Videos mögt. Also... Könnt ihr ja mal auf meinen Kanal gucken. Und gucken, wie euch meine Videos gefallen. Falls ihr... Aus irgendeinem Grund meine Videos... Nicht kennt und dieses Video dann guckt. Und was mich natürlich auch immer freuen würde, ist... Wenn ihr... Meinen Kanal... Irgendwie Freunden empfehlen könntet und so. Das wäre echt schön. Also natürlich nur, wenn... Euch mein Kanal gefällt. Ähm... Solche Videos... Wird es... Nicht mehr wirklich geben. Aber... Trotzdem... Das war also... Eine Möglichkeit, wie ich... Gerade ein Video aufnehmen konnte. Weil mein PC halt nicht... Funktioniert hat. Den muss ich dann noch irgendwie wieder hinkriegen. Und dann... Wenn ich ihn hingekriegt habe. Und wenn ich dann wieder Zeit habe, sehen wir uns... Hoffentlich wieder öfter. Und... Ich bedanke mich dann an dieser Stelle fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat. Nach unten. Wenn ihr es kacke fand. Ich werde sowas eh nie mehr machen. Aber trotzdem... Daumen nach unten, wenn ihr so meine... Oder auch wenn ihr meint... Kein Bock auf dich. Oder Daumen nach oben. Wenn ihr sagt... Jo man... Ich freue mich drauf. Und wenn ihr... Denkt, dass... Ähm... Das auch anderen gefallen könnte. Dann könnt ihr es gerne weiter schicken. Also nicht unbedingt dieses Video. Außer ihr denkt... So... Jo... Das ist voll der Künstler. Nein, bin ich nicht. Hm... Da wird noch was drauf kommen. Später. Aber... Vielleicht könnte ich das dann auch zeigen, wenn es fertig ist. Hm... Und... Ja, ihr könnt dann halt mein Video teilen. Oder andere Videos von mir teilen. Mein Kanal teilen. Und... Ich freue mich über jeden Abonnenten. Der sich so denkt... Jo... Der Typ. Esch cool. Esch cool. Ich freue mich drauf, wenn er wieder was macht. Dann wird es auch wahrscheinlich... Erstmal so... Ein paar Monate... Zumindest versucht... Täglich Videos geben. Muss ich... Bin ich da. Weil ich habe keine Upload-Funktion. Das ist richtig kacke. Und... Jo... Ich freue mich auf jeden Fall dann wieder auf die Zeit. Ihr hoffentlich auch. Und... Jo... Ich hoffe eure Freude vielleicht auch. Jo... Jo... Dann... Tschüss... Und ähm... Ja... Bis... Ich wieder ein Video bringe. Tschüss... Ich hoffe... Ich hoffe... Ich hoffe...